Hallo, mein Name ist Maja und ich war sechs Monate in Spacelab Gestaltung in der Kulturwerkstatt. Hier habe ich viel gelernt zu den Themen Theater, Fotografie, Radio und Gestaltung. Das hat mir sehr gefallen, denn diese Themen haben mich auch sehr interessiert. Ich bin zu Spacelab gekommen durch eine alte Jugendzentrumbetreuerin namens Petra. Sie hat mich vor dem Donutzentrum getroffen und hat mich gefragt, ob ich schon etwas gefunden habe. Da ich gerade mit der Schule fertig war und noch keine Lehrstelle gefunden habe, habe ich ihr davon erzählt und sie hat mich dann angerufen. Ich bin dann zu Spacelab und am Anfang war der Standortgestaltung noch eine Baustelle und es war noch gar nichts da. Ich fand es wirklich schön, zusammen mit anderen Jugendlichen diesen Standort hier zu gestalten und quasi zu erstellen. Ich bin froh, dass ich in Spacelab war, denn dadurch habe ich viel dazugelernt und viele neue tolle Leute kennengelernt und ich würde es jedem weiterempfehlen. Und da waren wir gerne auch noch ein paar Jahre in der Schuleik. Ich bin froh, dass ich in Spacelab, wo es heute gibt. Ich bin froh, dass ich in Spacelab und ich bin froh. Ich bin froh, dass wir uns heute und ich bin froh.